Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube, wir sind wieder da. Unser wunderschöner Dienstag, ja Quarantäne-Stream ist es ja nicht mehr. Ich muss das immer noch rauskriegen. Unser Dienstags-Local-Stream. Bei mir sitzt der gute Vasilios. Heute zur ersten Runde. Stehen beide noch 0-0. Und falls ihr hier selber mitspielen wollt, früh genug ein Ticket kaufen. Wir sind heute tatsächlich ausgebucht. Es sind einige Leute hier, die kein Ticket gekriegt haben, die nicht mitspielen können. Und ich hoffe, dass ihr euch alle mal hier sehen könnt. Und wenn es dann irgendwann mit den Trader-Cons weitergeht, dann hoffentlich auch da. Mal gucken, wann das weitergeht. Und wir fangen mal an, oder? Ja. Musst du würfeln? Hoch, tief. Hoch. Ja. Dann fang du mal an. Oh. Okay. Dann sagst du jetzt noch. Genau. Timer mache ich mir. Wir haben 45 Minuten, weil wir ein bisschen die Karten für euch zu Hause erklären sollen. Ich spiele eine Probe-Deck. Also. Das ist okay. Dafür sind Locals doch da. Ja. Ja. Dann Standby-Face. Mhm. Mein Face 1. Ich aktiviere den Effekt von meinem Abyss-Megalo. Oh, ja. Erzähl mal bitte was er kann. Ich kann zwei Wasser-Monster abwerfen und kann dann ihn spezial beschworen. Mhm. Dann mach ich es erstmal. Och Gott. Und wenn er so spezial beschworen ist, kann ich eine Abyss-Zauber- oder Fallenkarte von meinem Deck ins Hand nehmen. Ist das okay? Ach. Ist okay. Dann. Mürmer ist aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Sind abgeworfen. Ah. Frosch. Da sollte Tenling 1 sein. Mhm. Der. Und der 2. Ja doch, doch. Da lass ich jetzt nochmal durchgehen. Mit dem darf ich auch eine solche lange Monster suchen? Mhm. Das lass ich jetzt nochmal durchgehen. Das ist okay. Okay. Dann. Ich kann es hier nicht verhindern. Gut. Wunderschön. Guten Abend. Mal gucken. Dann. Was hat denn her, dass ich ein Neues gesehen habe? Also schon vier Jahre her? Stimmt. Das haben die echt im Boden mit aufgebracht. Ich bekomme diese. Mhm. Und die. Jo. Ich bekomme eine Schuppe. Das ist ein Mizuchi. Und das ist der Atlantische Prinz. Ne? Ja. Komm. Oh. Wir haben ja gerade gesehen. Die Karten sieht man ja kaum. Dann. Unter der Kamera kann man es auch mal sehen. Normalerweise beschwöre ich meine Neb-Tabits und ich aktiviere ihren Effekt. Genau. Also als Kosten. vom Deck ins Friedhof legen und dann eine Atlantische Karte vom Deck zu meiner Hand. Ja. Oder? Ja. Ein Atlantischer Monster. Ja. Dann sende ich. Ein Atlantischer Monster zum Deck auf Friedhof legen. Ja. Die Dragona. Mhm. Entschuldigt. Dann bekomme ich. Die waren ja nicht Wandsbetreuung. Mhm. Bekomme ich. Dragona. Und dann. Sein Effekt. Ja. Das ist der Dragona, der nicht ganz so schlimm ist. Das ist was für Locals. Ich glaube. Das ist denn was für Locals hier zu haben. 2i3 der Locals. Wann wir Locals sind. Ja. Seit acht Wochen. Das nächste ist. Mal mehr Videos gucken man. Wir spielen gerade Locals. Das nächste ist. Aber vorher Ticket kaufen. Nicht vergessen. Der Trader Online-Wahlseite. Ja. Atlantischer Atlantischer. Mach ich denn da gleich gegen? Jaha. ist nicht einfach ich weiß ich kenne das deck nicht ich habe das noch nie gespielt ich auch nicht okay das ist gut gut ich habe aber schon gegen verloren ja schon müssen wir sehen aber wir sollen schon schaffen link dann weil ich exakt wasser muss noch haben dann kann ich seine fecke gewinnen kann ich zwei garten mit einem hand auf dem friedhof zwei zufällige oder zufällige soll ich werfen oder dann ist es 1 2 3 4 die auf jeden fall weg und da ist es hier noch mal das ist noch der älteste halleluja hallo Oggi Entschuldigung muss ich kurz lösen ach was denn jetzt ekelig boah boah na dann na dann Aktiviere ich meine Mizuki, dann bist du dran. Was kann die Karte? Die Karte... Wen wüsstest du damit aus? Ein... Wie heißt das? Abyssalakya? Ein Mermail Monster. Dann bekommt es 800 ATK und wenn ein Zaubereffekt aufgelöst wird, kann ich es simulieren. Ich muss die Karte natürlich. Okay, okay. Ja, dann versuche ich mal mein Glück. Ja klar, jetzt kommt der ganze Karte. 4, 2, 8. In der Spalte liegen zwei oder mehr Karten, also darf ich da jetzt meinen Meckritter gelbe Stern hin spezialbeschwören. Mhm. Ja. Und mit dem herkenn ich als Effekt kann Meckritter vom Friedhof verbanden und dann eine Zauberfeinkarte in der Spalte zerstören. Aber da liegt ja nun mal leider keine. Dann setze ich noch eine Karte und dann muss ich leider an dich abgeben, aber es ist alles weggemacht. Dann Doorface. Standby Face. Das ist Morning Glacier, die Elementarherrscher. Das ist die Seeku. Main Face 1. Mhm. Ich weiß nicht, was du vorhörst jetzt. Ich auch noch nicht. Deswegen. Ja, das ist total böse. Ich weiß noch nicht, ob Morning Glacier überhaupt Hardwoods Beton ist. Ich bin da nicht mehr sicher. Das weiß ich auch. Dann. Doch der Effekt ist noch einmal vor Spielzug. Dann muss ich leider deinen Monster deboutieren. Ja, ist okay. Dann kommt der hier. Ist natürlich egal. Toll. Dann. Mhm. Wenn ich einen Wassermonster kontrolliere, kann ich ihn speziell beschreiben. Ja. Dann. Normal. Mhm. Mach ich einen Link Monster. Bahamut. Hi. Ich aktiviere seinen Effekt. Ja. Dann wird auch der Effekt von Dagonal aktiviert. Ja, warte. Da möchte ich dann aber vom Grab gerufen noch aktivieren. Ja, gut. Verwandern und Effekte zu annullieren. Ja, gut. Ich habe noch einen Bahamut. Dann. Aqualexis Monster. Rang 3 oder niedriger beschwören. Ja. Krötelig. Genau. Dann gehe ich in der Battle Phase. Mhm. Erstmal. Mit 2,8. Ja. Für 600. Ja. Hoffentlich sind die Lebenspunkte jetzt auch richtig rum. Hört sich gut aus. Obwohl. Weiß ich noch nicht. Warte. Ja. Der Stream hinkt ein bisschen hinterher. Ja. Oh. Der Stream hinkt ein bisschen hinterher. Ja. 2,2. Ja. Den nehme ich dann leider auch. Leider. Ja. Ich kann es nicht verhindern. Dann. 1,6. 2,4. Plus 800. Genau. Und der kann nicht angreifen. Zum Glück. Leider. Dann hätte ich auch 200 Punkte. Ja. Dann. Main Face. 2. End Face. Mhm. Okay. Stand by. Main Face. In der Spalte liegen zwei Karten. Zwei oder mehr Karten. Also darf ich meinen blauen Himmel dahin beschwören. Wenn der normal noch spezial beschworen wird, dann darf ich so viele Meckritter mit unterschiedlichen Namen von meinem Deck auf die Hand nehmen, wie Karten von dir in der Spalte liegen. Also dürfte ich jetzt zwei suchen. Wenn das okay ist. Wäre so ein Effekt. Ich werde zwei Meckritter suchen. Die müssen unterschiedlichen Namen haben. Und ich darf nicht den blauen suchen. Da sage ich nein. Habe ich mir gedacht. Der wird zerstört. Müsste ich ihn auf seine Seite setzen? Äh. Ja. Warum nicht? Ich wollte gerade sagen, warum nicht? 2,5. Der setzt den hier wohl jetzt. Ähm. Ja, dann gebe ich die Runde auf und du bist dran. Und die erste Runde geht dann an dich. Alles klar. Wieder? Ne, die erste Runde geht jetzt an dich. Ja. Und dann gehen wir direkt zur nächsten Runde. Alles klar. Ja, er hätte den Effekt gegen Cold machen können. Aber... Muss er das? Ja, der hätte den Frosch ja benutzen können gegen Cold by the Grave. Aber wofür? Ja. Braucht er nicht. Na eben. Na, 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 na. Da kann ich mal wieder seiden. Schwierig, schwierig, das Seiden ey. Ich weiß nicht, was ich raussiden soll. Schiff ist heute nicht da. Der guckt von zu Hause in den Stream. Hallo Schiff. Ja genau. Schöne Grüße Micha. Gute Besserung. Ah, was nehme ich denn noch raus? So schlimm kann es ja nicht werden. Mehr als verlieren kann mir nicht passieren. Stimmt. Ja. Ja. Im Grunde bin ich auch nur hier. Eigentlich wollte ich halt ein bisschen Side-Tech gegen Despia ausprobieren. Und das... Du spielst kein Despia. Funktioniert auch so schlecht. Ja. Wir sind heute zwei Gruppen A 16 Leute, weil wir 32 Leute da haben. Randvoll. Und wir sind in Gruppe 2 gelandet und ich weiß gar nicht, wer in Gruppe 2 sonst auch alles ist, was die Leute hier spielen. Gruppe 1, ja, die meisten davon, oder viele davon weiß ich, was die spielen. Ich kenne die auch, aber Gruppe 2, ich habe keine Ahnung. Christian ist in Gruppe 2, aber das war es dann auch heute. Ich glaube, heute ist auch nur Christian und ich im Stream. Ich weiß nicht, ob Dirk zwischendurch in den Stream kommt. Der wollte heute mehr vorne bleiben, denn sonst ist keiner da. Jetzt möchte ich anfangen. Alles klar. Nils ist nicht da. Jan ist nicht da. Ich weiß nicht, ob die alle kein Ticket mehr gekriegt haben, weil die zu spät bestellt haben. Ich habe es auf jeden Fall heute Nachmittag gemacht, bevor ich losgefahren bin. Das war noch zeitig genug. So, ich fange dann mal mit der magischen Schmelze. Würden wir gerne deinen Alistair-Beschwörer suchen. Kannst du gerne machen. Das ist aber nett von dir. Deswegen kannst du, wenn ich einen Effekt aktiviere, der Monza als Versorgungsbeschörung beschwören würde, kannst du nicht darauf reagieren und auf eine erfolgreiche Versorgungsbeschörung auch recht. So, da muss ich gleich nochmal dran. Ich nochmal beschwere mein Erster. Geht gerne seinen Effekt benutzen. Eine Beschwörung suche. Ja. Ja, die erste Runde war gut von ihm. War gut gemacht. Na klar. So weit weg. So. Dann mache ich mal eine Link-1-Beschwörung. Ja. Auf meinen großen Alarm-Anhemirage. Und dann mache ich noch eine Link-1-Beschwörung. Auf meine sichere Wache. Wie er deinen Cyber-Sling-Monster braucht. Okay. Dann machen wir mal weiter. Dann setze ich hier eine Karte. Und weil jetzt zwei Monster oder zwei Karten in derselben Spalte liegen, darf ich hier einen Meckred dahin beschwören. So. Dann erkläre ich mal meine Beschwörungen. Und wir werden Versionsbeschwörung machen. Alles klar. Feld verbannen. Und von Friedhof den Alarm-Anhemirag verbannen. Ja, wir verbannen, weil ich einen Beschworenen-Monster spiele. Auf Beschwöre. Einen Beschworenen-Mekabar. Bin ich jetzt bei 5? Ja. Ja, dann mache ich doch Effekt-Mekabar. Dann annuliert ihr den Viro und verbannt ihr den. Jawohl. Das ist schon mal gut. Die Beschwörung fliegt dann drunter. Ne, dann benutze ich doch die Effekt-Beschwörung im Friedhof. Die mischt sich ist weg und der verbannte Alistar kommt zurück auf die Hand. Okay. Genau, die Pflanzen-Pokémon sind sehr effektiv gegen Wasser. So, der kommt auf die Hand. Und... Ja, jetzt ist der Verband. Das ist natürlich... Im Friedhof fände ich in den Büro jetzt besser. Dann könnte ich ihn noch benutzen. Aber dann muss ich dann... Leider abgeben an dich. So. Mhm. Gut. Ein Nibiru schon mal abgeben. Schon mal nicht schlecht. Schwierig. Ja. Die Pflanzen-Pokémon hier sind nur leider Tokens. Und wenn ich keine Tokens beschwören kann für die Pflanzen-Pokémon auf der Ersatzbank nichts. Kann ich nicht so richtig anfangen. Ja, und Cari, falls einer fragt, warum das Bild jetzt so dunkel ist, das ist für den Kontrast, damit die Karten, die Hüllen nicht so blenden. Das ist jetzt schon doch ein paar Mal aufgetreten, habe ich durchgehört. Vielleicht gesehen. Kann der das... Kann der das... Ja, der kann das einmal pro Spielzug und ich muss halt denselben Typ Karte abwerfen. Also wenn du einen Monster-Effekt aktivierst, muss ich einen Monster abwerfen. Dann Zauber. Zauber. Und der annulliert die Aktivierung und verbannt. Was heute so gespielt wurde, bis jetzt erst ein Duell. Wir sind beim zweiten Duell. So. Und was ich spiele, kannst du vielleicht sehen. Sonst kannst du die letzte Cari mal fragen, ob die das anders macht. Aktiviere ich den Effekt von meinem Sängerin. Mhm. Ich kann sehen und noch ein Wasser Monster abwerfen. Und dann darf ich deine Hand angucken. Und eine Karte auf den Verbanen bis Endphase. Ist ja... Ja. Das ist okay. Dann kommt die zurück auf meine Hand? Zu Endphase. Ja, dann kommt die zurück auf die Hand. Okay. Okay. Der echte Maff. Hallo Maff. Super Name. Maff. So schwierig ist das jetzt nicht? Du weißt, was ich nur auf der Hand habe? Du weißt, was du dagegen machen kannst. Ich kann aber auch nichts machen. Okay. Das ist schon mal nicht so schlecht. André. 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 Ich hab echt André. Ich kenn so viele André's. Was? Warum heißt du Maff? Warum heißt du Maff? Was soll das André heißen? Was? Oh Gott. Ach Mann. Was? Es tut mir leid, wenn ich eure Namen nicht behalte. Ich hab's nicht so mit Namen, wenn ich mit den Leuten nicht mehr zu tun habe. Ich hab jetzt gerade so ein Bild vor dem Kopf. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob du das bist. Ja. Ich hab's nicht so mit Namen, wenn ich mit den Leuten nicht länger arbeite. Wenn ich nicht länger was zu tun habe. Das ist schwierig für mich. Okay. Ich muss was machen. Ja. Normalbeschreibung. Ja. Spezialbeschreibung. Mhm. Virtual-Welt André. Ja. 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 Okay. Guten Abend. Warum bist du nicht hier? Oh. Du kannst keine Nächstesbeschwörung machen. Schuhe 2 oder 4. Kann ich nicht. Ne, Exis geht nicht. Link geht ja wohl. Ja. Ich dachte, du hättest dich damit vertan. Ne. Was die Beschwörung nochmal macht. Damit kann man ein Fusionsmonster beschwören, dem man das Material von der Hand oder vom Feld benutzt. Oder nur von der Hand glaube ich. Ich habe ja eine in der Hand. Und falls man einen Beschworenen Monster Versuch uns beschwört, dann kann man auch Monster von der Spielfeldseite oder von einem beliebigen Friedhof verbannen. Was dich heute nicht motivieren können. Ja, ich habe überlegt, ob ich nach Hause fahre, weil es so warm ist da vorne. Aber jetzt bin ich halt doch hier. Und der Christian noch den ganzen Tag alleine im Stream. Das wollte ich mir auch nicht antun. Damien bist du da. Das war's schon. Kann ich sonst noch irgendwas? Ja. Ja. Äh. Jetzt kriege ich Faked. Kannst eine Karte von Herrn auf Friedhof legen, dann einen Mermel Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Äh. Wer zerstört will, kann einen Wassermunzer Friedhof... ...vom Deck auf Friedhof legen, dann einen Wassermunzer Friedhof specialen. Juh. Das ist aber doof. Dann in der Endphase kommt der Zug auf meine Hand, ne? Ja, genau. Das finde ich gut. Äh. Dirk, der wollte heute mehr vorne bleiben. Vielleicht können wir darüber reden, dann doch noch einmal ins Stream zu kommen. Ich weiß auch nicht, was er heute spielt. So, ich zieh mal. Äh. Stand by Face? Ich aktiviere den Effekt. Ähm. Also ich möchte in der Endphase nichts machen. Okay. Ähm. Dann gehe ich in der Mainphase. Möchtest du den Effekt machen? Ich aktiviere den Effekt. Darauf möchte ich reagieren. So, der Unendlichen Unbeständigkeit würde ich gerne annulieren. Hm. Musst du dafür nicht trotzdem eine Karte abwerfen? Ähm. Ja, eine Karte von Hand auf Friedhof legen als Kosten, ja. Alles klar. Für mich. Okay, dann annuliere ich dir den. So. Dann gehe ich in die Mainphase. Ich normalbeschwöre Mama, Alistair. Ich würde gerne eine Beschwörung suchen. Mhm. So. Was mache ich denn jetzt aus dem Haufen da? Das ist schon so Feuer. Du hast wahrscheinlich auch nur Wassermonster, ne? Ja. Ja, da kann ich auch nichts mit anfangen. Da spielt ja schon Wasser. In einem geschworenen Cockpitus. Ähm. Wie kriege ich das Ding denn dann weg? Ich mache einfach mal eine Link 2. Ich nehme beide. So, ich brauche nämlich jetzt hier für diesen Alistair der Beschwörer, der ist im Wahnsinns. Dann brauche ich zwei Monster in unterschiedlichen Typen und Eigenschaften. Manchmal Hexter Finsternis und Psi Licht. Das funktioniert also. Mhm. Und der kann sobald, also der zählt immer als Alistair der Beschwörer auf dem Feld und im Friedhof. Ja. Und falls ein Monster versuchungsbeschworen wird, kann ich eine Karte abwerfen. Und dann kann ich mir eine Beschwörung oder ein Buch des Gesetzes zum Deck auf die Hand nehmen. Okay. Und falls er zerstört wird, wenn ihr die offene Karte durch den Karteffekt von dir das Spielfeld verlässt, dann darf ich mir eine Omega-Beschwörung suchen. Da ist die Feindkarte von dem Beschworenen. Mhm. Ich mache aber mal die Beschwörung. Da kann ich nämlich Alistair der Beschwörer und jetzt die Firemonster. Wohnt sich das? Ach komm. Indigo blaue Sonnenfinsternis und ich mache einfach noch einen Backcover. Seinen Effekt möchte ich nicht aktivieren. Ich möchte den Effekt der Beschwörung aktivieren in Friedhof. Okay. Zurück ins Deck und der verbannte Alistair kommt zurück aus meiner Hand. Super. Mhm. Find ich auch. So. Und dann gehe ich mal in die Battle Phase. Die hat nur 1,6. Ja. Und dann würde ich mit 1,8 die mal angreifen. Mhm. Und dann würde ich mit den beiden noch angreifen wollen für zusammen 5,000. Ja. Nee, nicht geteilt. Geteilt durch 5,000, ja. Ja, genau. Ich erlebe es nun, dass du noch irgendwie 1 kommst. Main Phase 2 würde ich gerne an Karl setzen. Dahin und dann bist du. So. Ja. Ja. Tatsächlich hat mir schon mal jemand gesagt, dass niemand meine Decks mag. Ja Karl, das erwarte doch so. Du willst auch auf der DM meine Feature-Match sehen. Da wirst du auch Magnet-Innbruch treffen. Du kannst spielen. Da darf ich schon wieder. Ja. Okay, dann ziehe ich mal. Stand By, Main Phase, Battle Phase. Alle toben Sturmangriff. Oh, Nibiru. Ja. Na gut, den hätte ich jetzt nicht kontrollieren können. Ja, ich habe Monster nachgezogen. Hätte ich gekonnt. Ja. So, damit geht dann das zweite Duell an mich. Und dann spielen wir noch eine dritte Runde. Mhm. Bist du eigentlich auf der Deutschen Meisterschaft? Spielst du damit? Nein, ich spiele nicht. Okay. Hier vorne ist keiner da, der jetzt spielt. Ich bin nicht so gut dafür. Ja, ich auch nicht. Ich spiele nur, weil ich da sein will. Ach. Nein, so gut bin ich auch nicht. Danke, Maff. Danke, André. Schön, dass wenigstens einer mich mag. Ach, ich kann ja nur das halten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja. 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 Da kann ich die ja eigentlich raus sein. Die brauche ich ja eh nicht gegen dich. Kann ich eh nicht benutzen. Das sieht gut aus. Ja. Das passt. Ja, also auf Carys Standard kommt sie nicht aus der Nähe. Auf meinen Standard kommt sie eigentlich wohl aus der Nähe. Oh, Carys sagte ich schon. Die wundert sich schon, dass wir 20 Minuten bis nach hier haben. Aber ich finde das halt voll nah dran. Irgendwie ist von mir aus gesehen alles mindestens 20 Minuten weg. So, wir haben jetzt noch 18 Minuten. Ja. Ich fange an. Das habe ich mir gedacht. Besser ist. Besser ist. Gute Idee, ja. Ach ja, ach ja. Kann ich wohl mal machen. Ja, Carys würde auch 45 Minuten fahren bis dahin. Spyro, guten Abend. So. Stemperry. Real Phase 1. Ja. Normalbeschwörung. Mhm. Effekt wäre der Effekt. Ja. Ist okay. Dann sende ich... Drakons. Nämlich... Drakons. Ja siehste Carys, wenn du ein Auto hättest wäre es sogar noch 45 Minuten hier. Jo. Wenn der Effekt da kommt. Ja natürlich. Natürlich. Ja natürlich. Was auch sonst? Ich glaube ich. Oh jo. Ich kann ihn sofort spezial beschreiben. Mhm. Bei uns aus dem Team sonst kommt glaube ich keiner direkt ausreden. Ich glaube ich habe es noch am nächsten dran mit 20 Minuten. Nils ist auch hier über eine halbe Stunde unterwegs. Dirk ist ja eh 45 Minuten. Dirk, äh Christian ist 45 Minuten bis dahin von sich zuhause, von der Arbeit nicht ganz so weit. Ähm. Jan der braucht auch 40 Minuten. Wie Cari gerade sagte. Äh. Ja. Cari, da müsste jetzt aber 1-1 stehen bitte. Ich weiß du willst mich nur wieder Ärger, das wird ordentlich. Jetzt gucken Leute zu. Ich aktiviere den Effekt. Ja. Wenn ich einen... Darf spezial beschworen, ne? Ja. Dann Effekt-Aggone. Natürlich. Mhm. Gute Dragone. Ja. Du hast ja noch Dragone auf der Hand, ne? Ja. Ja klar. Dann aktiviere ich den Effekt. Mhm. Darf ich deine... Deine Hand... Äh du darfst die Hand gerne sehen, ja. Guck sie dir an und dann darfst du eine offen voran. In dem Fall ist egal, ich kriege die Hand jetzt eh wieder. Ja. Ja. Ja genau, eigentlich ist mit dem... Perfekt Dragone. Klar. Ist das okay? Ja. Sicher? Ja. Was soll ich da jetzt noch verhindern? Das ist dreimal der selbe Effekt, dann werde ich nicht äschen. Mhm. Genau. Cari, neun Euro Ticket und nochmal hier. Ja, Bahnhof Regen, das ist ja schon hier vorne um die Ecke. Irgendwer fährt da bestimmt wo vor Bahnen kann ich mitnehmen. So, ich so. Ich zum Beispiel. Dann... Da muss irgendwer anders auf den Chat aufpassen. Schiff ist momentan zuhause. Nächste Woche weiß ich nicht. Nächste Woche bin ich nämlich auch da. Da hab ich nämlich Urlaub. Und dann können wir hier über die DM quatschen. Vielleicht machen wir vorher auch kein Video und Christian und ich können noch so ein Mini-Format von Castle Stream machen. Mal schauen, dass wir vorher noch ein bisschen mit dem Chat labern. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Und so ein bisschen über die Deutsche Meisterschaft quatschen. Oh, das wird Samstag richtig schön. Richtig eklig wird das. 2.000 Leute in der Halle. Jo. Und wird 33 Grad. Und muss man zwingend mit Maske da in der Halle. Das wird echt eklig. Das wird richtig eklig. Vorher der Tag 24 Grad, Tag danach 24. Nein, der Samstag muss dann 33 Grad haben. Ja, Kari. Ich weiß. Mit dem 9-Euro-Ticket kommst du jetzt halt überall hin. Und das ist ein ganz Monat lang. Ich weiß gar nicht, wie sie das rechnen soll für den Start oder für irgendwen. Außer für die Leute, die damit fahren. Also Kari, du weißt deinen Auftrag. Glaub mal hier hin. Ich mach ein Euro-Ticket. So viele Leute werden nicht nach Regen fahren mit Regionalbahn. Was meinst du? Ist das Regen? Regen ist das nicht unbedingt eine Weltstadt. Wo so viel los ist. Oh. Da muss ich mir erzählen, was ich kann. Machst du jetzt den Korallen an, oder? Ich hab nicht gespielt. Das finde ich gut, aber das rette mich glaube ich auch nicht. Na ja. Ich kann ein Wassermonster mit 1500 ATK oder weniger vom Feldhof Spezialbespielen. Naja. Wow, Fanta. 1, 2, 0, 9, 2, 0. Sind wir an die anderen Nummern vorher alle schon vergeben? Ist das die letzte Fanta, die du gekriegt hast? Der macht doch auch irgendwas Blödes. Der liegt da so im Angriffsmodus rum mit 0 Angriffspunkt. Der Lappisdrache. Äh, ich will gar nicht auf dem Friedhof... Eigentlich nicht. Na gut, auf dem Feld kann er tatsächlich nichts. Das finde ich gut. Dann... Das mache ich jetzt. So. Ein besonderes Datum. 12.09.2020. Okay. Bist du da geboren? Oh, na wo ist das? Dann aktiviere ich den Effekt von meinem Abyss Megalon. Den kannst du Splashen, den du 2 von der Hand abwirfst, ne? Genau. Immerhin kommt hier keine Seku. Und Effekt? Du suchst es dann, ne? Kann ich einen Abyss Zauber oder von der Karte suchen? Ne, das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Da mache ich jetzt auch schon guter. Wupp. Alles klar. Ich muss die nicht jetzt da wegkriegen. Oder die auf wenig Punkte kriegen, dass ich die killen kann. Ja, 9 Euro Ticket geht nur in Nahverkehr. Aber wenn du genug Nahverkehr kommst, kommst du auch hier an. Und aktiviere ich. Und du rüstest den Megalon aus, ne? Genau. Jetzt bist du da. Okay. Dann ziehen wir auch mal. Du bekommst noch. Genau. Die kommt auch noch wieder. Gut. Standby. Mainphase. Mhm. Ich kriege jetzt ja nicht in die Gates von der Apollosa weg. Erstmal aktiviere ich meinen Himmelsjäger Mech Hornissen Drohnen. Damit darf ich einfach einen Hornissen Drohnen und Himmelsjäger Ass Spielmarke beschweren. Okay. Die hat 0 ADK, 0 DEF ist finsternes Krieger. Stufe 1. Okay. Und dann mache ich eine Link 1 Beschwerung. Auf meinen Himmelsjäger Ass Kagari. Okay. Wenn die beschworen wird, dann darf ich mir einen Himmelsjäger Zauber in meinem Friedhof wählen und so auf die Hand nehmen. Ähm, ich wähle die da. Dann noch nichts in Drohnen. Okay. Dann aktiviere ich die einfach nochmal und wird noch ein Token beschworen. Alles klar. Und dann mache ich eine Link 2 auf meinen Alistar der Beschwerer des Wahnsinns. Weil das Token ist ja Krieger Finsternis und die ist Maschine Feuer. Deshalb darf ich den schön. So. Er kriegt jetzt 1,6, ne? Ja. 800 Punkte. Dann beschwöre ich, weil er in der Spalte zwei oder mehr Monster oder zwei Mal in der Karte liegen, darf ich in meinem Violetten Nachtanbruch ihn beschwören. Der hat 3,2, ne? Dann kriegt er 800 dabei. Das ist ja ekelig. Und die kann eine Zauberkarte annulieren. Ja. Wenn Zauber-Effekt aufgelöst wird. Die kann auch Droplet annulieren. Stimmt. Hm. Vor allem erst, wenn er aufgelöst wird, nicht aktiviert wird. Das ist auch so eine ganz seltsame Beschreibung. Ähm, geht dann mal in die Battle Phase. Die wird gerne mit 2,5 für 700 Punkte. Ja. Für 900. 1,6 hat die, ne? Ja. 900 Punkte. Nein, nicht geteilt. Wo ist denn das blöde Minus? Das ist da oben. Das ist mal weg. So. Dann gehe ich in die Main Phase 2. Dann nochmal beschwöre ich meinen Alistar. Würde gerne eine Beschwerung suchen. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ding wegkriege ich. Ich mache jetzt erst mal alles, was ich so machen kann. Der kämpft gerade mit dem Pizzawagen. Ähm. Ich habe noch nicht mal einen Lichtmanzer. Hast du denn noch einen Lichtmanzer da? Ist auch nur Wasser und die eine Palooza. Ja. Muss ja doch noch eine Linkbeschwörung machen. Almirage. Und dann nochmal Link 1 auf die sichere Wache. Krieg ich jetzt das Ding da weg? Der ist Spezialbeschworen, ne? 3, 2. Warum mache ich das eigentlich das umständliche Klack? Krieg ich den weg? Ähm. Guck mal. Da brauche ich eine Link 4. Ich weiß. Ja. Ja. Der kann nämlich was Tolles. Erstmal, wenn der Link beschworen auf dem Feld ist, kannst du den nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Außerdem kannst du keine anderen Monster angreifen außer ihm. Und wenn er während der Schadensprechnung, falls er gegen ein Spezialbeschworenes Monster kämpft, dann kriege ich als Schill-Effekt, kann ich aktivieren, dass der während der Schadensprechnung die ATK von deinem Monster bekommt. Okay. Okay. Und falls die deutsche Karte von dir auf den Friedhof gelegt wird, dann darf ich eine Karte vom Feld ins Deck laschen. So. Dann mache ich mal weiter mit einer Beschwörung. So. Wolltest du dich aktivieren? Wolltest du es benutzen? Es ist deine Entscheidung. Ja. Was kann da kommen? Ja. Okay. Ich habe jetzt den Chatter gerade gut aufgepasst. Ich muss nämlich unbedingt einen... Aber Max, der braucht unbedingt Extradeck-Monster. Aber den kann ich trotzdem beschwören. Oh. Ja, der braucht nur Extradeck-Monster. Dann mache ich erst diese zum Einhorn und dann zum Aber Max. Der braucht nämlich nur zwei. So. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Den durfte ich trotzdem beschwören. Meine Beschwörung ist jetzt weg. Das finde ich richtig doof, weil ich kriege ich jetzt gar nicht wieder. Dann kriege ich die Battle-Face. Warst du schon. Ich bin immer noch in der Battle-Face. Immer noch. Ja stimmt. Nee, warte. Ich war in der Battle-Face, genau. Dann bist du dran. Mehr kann ich nicht mehr an. Hast recht. Die beste Karte ist gekommen. Jetzt ist die beste Karte gekommen. Die einzige Karte. Okay. Dann. Ja. Oh nein. Dann gehe ich in der Battle-Face. Mhm. 200. Ja. Ja. Das sieht jetzt nicht schlecht aus für dich. Bist du dran? Mhm. Ja, du bist dran. Ja. Ja. Mhm. 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 Stand-by. Rainface 1. Ja. Normalbeschönung. Mhm. Ich aktiviere seinen Effekt. Ja. Ich kann einen Wassermonster als Tribut anbieten und er kann zweimal angreifen. Okay. Okay. Dann 4,8. Ja. Das nehme ich. Das kann ich nicht verhindern. Dann muss ich kurz mal gucken. Sein Effekt? Wenn er ins Friedhof gelegt wird, kann ich einen Frostmonster vom Deck? Das wäre jetzt aber zu spät, weil du hast ja angegriffen. Achso. Sobald er auf den Friedhof gelegt wird, ne? Alles klar. Ja. Ja. Wenn du einen Friedhof gelegt kannst du einen Vorsponsor vom Deck oder Friedhof in Zukunft. Ja. Das wäre in dem Fall aber dann zu spät. Das musst du sofort machen. Aber du hast dich jetzt schon angegriffen. Okay. Mein Fest 2. Mhm. Ich aktiviere seinen Effekt. Mhm. Ich verbanne ihn. Dann mische ich 2 Wassenmonster in den Deck zurück. Jo. Dann misse ich da. Und dann. Dann. Du hast bis zu 3, darfst du den Deck immer schnappen. Ja. Die 3. Jo. 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 Ja. Jetzt bist du dran. Gut. Dann ziehen wir doch mal. Ich hab noch einen Magnite gezogen. Du bist dran. Ich hab da nichts zu machen. Dropp. Ja. Stemberry. Ja. Ja. Dann geht ihr runter an dich. Ja. Das war dann das erste Match des heutigen Tages. Wir schauen dann gleich mal wer als nächstes kommt. Ich glaub das Pizza vorne da ist. Dann werden wir jetzt einfach Pizza essen. Wir verabschieden uns dann fürs erste Mal. Ja. Die YouTube Leute. Morgen. Wir gehen jetzt kurz Pizza essen. Und dann gleich kommt dann irgendwer anders hier ins Stream. Vielleicht Vasilios nochmal. Ich weiß ja nicht wer sonst spielt. Und genau. Beschwörung ist baden gegangen gegen das Wasserdeck. Falls ihr hier mitspielen wollt bei den Locals. Kauft euch vorher frühzeitig ein Ticket. Wir sind heute das erste Mal ausgebucht. Und ja. Es sind einige Leute hier angekommen. Die haben kein Ticket gekriegt. Kauft es frühzeitig. Am besten nicht nachmittags vorher. Also am selben Tag. Sondern kauft sie die eine Woche vorher. Wenn ihr wisst dass ihr kommt. Und sonst frühzeitig kaufen. Und ich hoffe ihr habt Spaß gehabt. Und ich hoffe dann sehen wir uns bald wieder.